Oh, zu spät, immer wieder das Handy aus, na super. Ich glaub's ja wohl nicht, aber... Oh Gott, ich erschieß mich. Oh, hör zu, ich war gerade auf dem Weg hier... Hey, hey, hey! Wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Und das ist Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Also pass auf, was du sagst, ja? Ähm, ja, also, ähm... Man muss es machen, einfach machen, sonst funktioniert es nicht. Zumindest bei mir ist es so. Sag mal, hast du was zum Anziehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018